Liebe Podcast-Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an bislang 50 Ausgaben Mises Karma. Angefangen im Juni 2019 mit der Vertonung klassisch-liberaler und libertärer Literatur über spannende Gespräche mit teils sehr bekannten Persönlichkeiten wie etwa Stefan Blankertz, Andreas Marquardt und Thorsten Polleit, aber auch etwas unbekannteren, jedoch nicht minder interessanten Gästen wie beispielsweise ganz aktuell Ben Daniel in Ausgabe 50 kann der Podcast bereits auf ein umfangreiches Archiv zurückblicken. Ab Ausgabe 51 wird Mises Karma, was die Verbreitung der Ausgaben auf YouTube betrifft, zukünftig im Kanal von eigentümlich frei zu finden sein. Das bedeutet auf der einen Seite, ein potenziell größeres Publikum erreichen zu können, auf der anderen Seite aber auch auf die ausgewiesene Expertise eines etablierten Verlages zurückgreifen zu können, um Mises Karma weiter wachsen zu lassen. Alle alten und zukünftigen Episoden werden nach wie vor über die Website mieseskarma.de sowie allen gängigen Audio-Plattformen wie Spotify und Co. zu hören sein. Wenn Sie Mises Karma hingegen auf YouTube abonniert haben, dann stellen Sie bitte sicher, ab sofort den Kanal von eigentümlich frei zu abonnieren unter dem Usernamen eigentümlich frei TV, um keine neuen Episoden zu verpassen. Den genauen Link finden Sie im Beschreibungstext zu dieser Ausgabe. Ich freue mich bereits auf die nächsten, hoffentlich mindestens 50 Podcast-Folgen mit vielen spannenden und inspirierenden Themen rund um die Freiheit. Ihr Christian Lollenberg und der Mises Karma Podcast. Ich freue mich bereits auf die nächste, hoffentlich mindestens 50 Podcast.